Die Bandscheibe setzt sich in den Wirbeln und dämpft die Stöße auf die Wirbelgelenke ab. Wenn zur Abnutzung der Wirbelsäule bzw. des Bandscheibengewebe und als folgendes zu einem Bandscheibenvorfall kommt, treten Bandscheibengewebe hervor und drücken auf die nachbarliegenden Nervenstrukturen. Als folgendes können die Patienten Schmerzen, Druckgefühl, Bewegungseinschränkungen, Taubheitsgefühl im Rücken und vor allem im Verlauf der entsprechenden Nerven im Bein haben, die sogar zu Lähmungserscheinungen führen können. Diese Frage ist eindeutig mit Nein zu beantworten. Uns steht in der modernen Wirbelsäulentherapie Maßnahmen zur Verfügung, mit denen wir die Schmerzen erfolgreich bekämpfen können. Das sind Medikamentphysiotherapie zum einen. Zum anderen sind die interventionellen schmerztherapeutischen Methoden und als begleitende Maßnahme die Physiotherapie. Ein operativer Eingriff in der Wirbelsäule und vor allem des Bandscheibengewebes ist dann notwendig, wenn Patienten therapieresistente Zustände entwickeln. Das heißt, wenn sie unter herkömmlichen Therapiemethoden wie medikamentöse Therapie, interventionelle Schmerztherapie, Physiotherapie keine Besserung bzw. eine Passagierebesserung innerhalb der sechs bis acht Wochen erfahren. Die Patienten werden auf eine Operation zugeführt, wenn sie im Laufe einer Therapie Lähmungserscheinungen entwickeln sollten. Eine Blasen-Mastarm-Funktionsstörung ist zwar eine Rarität, aber in Verbindung mit einem Bandscheibenvorfall soll das als eine Notfallsituation betrachtet und dementsprechend operativ versorgt werden. Sowohl als auch eine unserer Expertisen im Wirbelsäulenzentrum ist die Revisionschirurgie bzw. die Behandlung jeglicher Formen von entzündlichen Veränderungen in der Wirbelsäule. Bei allen beiden Erkrankungen benötigen wir eine interdisziplinäre Zusammenarbeit pre- und postoperativ mit anderen Kollegen, die hier in Asklepius Paulin Klinik absolut gewährleistet ist. Ähnliches gilt auch für Patienten mit osteoporotischen Frakturen oder Patienten mit onkologischen Wirbelsäulenerkrankungen. Nein, diese Grenzen gibt es nicht. Entscheidend ist für uns das biologische Alter. Das heißt, Patienten mit normaler kardiopulmonaler Situation können und dürfen eine Operation zugeführt werden. Entscheidend ist für uns aber, dass präoperativ, also vor einer Operation, die Kollegen der Anästhesie eine Risikoabwägung bei den Patienten durchführen. Nach normalen Wirbelsäuleneingriffen, wie z.B. Bandscheibenvorfällen oder Spinalkanalsternosen, empfehlen wir eine Arbeitsunfähigkeit zwischen 4 bis 6 Wochen. Bei komplexen Wirbelsäuleneingriffen kann diese Arbeitsunfähigkeit auch bis 3 Monate dauern. Die cervikale Myelopathie ist eine symptomatische Rückenmarkschädigung als Folge einer Einengung des Nervenkanals in der Halswirbelsäule. Die cervikale Myelopathie ist ein sehr unbekanntes Krankheitsbild, leider immer noch, und ist die häufigste Ursache einer Rückenmarkschädigung bei älteren Patienten. Gangstörungen können durch eine Vielzahl von Erkrankungen verursacht werden. In unserem kinderneurochirurgischen Patientengut behandeln wir diejenigen mit einer angeborenen Rückenmark- bzw. Wirbelsäulenfehlbildung, die aufgrund der Grunderkrankung eine Gangstörung aufweisen. Zum anderen behandeln wir Patienten mit einer cervikalen bzw. thorakalen Myelopathie, die durch degenerativen Veränderungen der Wirbelsäule bzw. durch tumoröse Veränderungen der Wirbelsäule zu uns kommen. Ein dritter Bereich sind die Patienten im geriatrischen Bereich mit chronisch-subduralen Hämatomen oder Patienten mit einem Normaldruck-Hydrocephalus. Und zuletzt behandeln wir Patienten mit einer lumbalen Spinalkanalstenose, die neben einer massiven Schmerzsymptomatik auch eine ausgeprägte Gangstörung auffresse.